um jetzt so action aber so richtung john wick so was war bis 2 kauf jetzt hier platten 123 123 hab schon sechs gekauft jetzt spiel mal die kiste also immer ein bisschen kohle ab zu viel warte dann hole ich mir sturmgewehr ich wollte die tempos habe ich schon die sniper ja natürlich war ich da ja ich führer auf habe ich angst habe ich in dem hangar gerne mehr reingehen ich zock gerade gta 10 zocke ich war doch gta 10 was wir gerade zocken alles gut jetzt haben wir noch geschlossene beta nee auf ps 7 ja ich frage was ist für eine frage also ja komm also call of duty erkennt man schon spielt nicht jeder dieses schmutz spielt ich habe dir sachen geklaut ja okay das ist call of duty warzone 2 auf dem pc da habe ich jetzt nur gesagt weil man gesagt hat ich muss nett sein jetzt gehe ich noch bis meinem fix und ich habe die ganze zeit überlegt was machst du weil der vertrag dann ausläuft jetzt ist mein plan in mac fit zu gehen wo ich auch keine lust drauf habe aber es hat den vorteil dass ich jeden monat den vertrag kündigen kann immerhin ich hasse diese menschen dort ich hasse die menschen im studio so sehr ja die gehen einen nur auf den sack wirklich die gehen einen nur auf den sack den ganzen tag was machen die denn nerven mit ihrer anwesenheit mit ihrer glotzerei im weg rumstehen die in die übungen laufen er gibt viele grunde die laucharmee die da zu viert immer an also so laucharmee die da zu viert oder fünfe antanzen und dann geräte besetzen ich habe das also ein typ ausgerastet fast hat er mit den rum geschmeckert da waren wieder so zwei lauchboys waren die am latzzug ich war am anderen latzzug und die beiden hampelmänner sind da nur am quatschen gewesen und eine scheiße am machen und da sagt er denen ja wie lange braucht er denn jetzt noch und da haben die irgendwas gesagt da sagt er und dachte ja quatsch doch nicht hier rum mach einfach jetzt mal hey wirklich die waren da bestimmt 20 ich bin da hingekommen da waren die schon da dran und als ich fertig war waren immer noch da dran im studio kriegst du nur hass wirklich jetzt einfach nur hass verlernt die menschen zu hassen ok also deswegen brauche ich mein eigenes studio naja ich werde auf jeden fall gucken wenn ich geld verdiene dass ich irgendwie selbst in der zwei zimmerwohnung dann mache ich mir ein hochbett hin dass ich da drunter die scheiß geräte hinstellen kann und so hey wirklich studio die menschen hasst man einfach nur junior hier komm her dein schild ich will die dings mitnehmen ja ich setzten präzis und setze ich den jetzt ein ich habe der platz ich habe schon ich auch nicht deswegen sind sie ja ist jetzt ein zielgebiet markiert beschoss freigegeben moment 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 weil ich mittlerweile meine annäherungsmine mit unsere bohrladung beides weil wenn ihr wenn wir gepusht werden und ich weglaufen will dann schmeiße ich einfach auf den boden und dann rennen die ihn seit mir her dann hoffen da rein schlau ne du bist ein kleiner fuchs ich bin brillant also sei fett würde ich sagen audio ich kann halt nicht so lange aber ich muss man arbeiten ach arbeiten auch keiner ist alles überbewertet morgen diese gehe mal tik tok live und dann bettel doch mal da was alle zusammen attacke wir schaffen das nein du musst das ja du musst die ja verarschen die leute sind ja so dumm ach so noch eine ruse noch eine ruse genau und du musst sagen wir also wir schaffen das obwohl das geld in deine tasche geht aber weil du sagst wir denken die ihr seid ein team so junge das sind dann so richtige weiß ich nicht die sehen aus wie die krassesten typen machen einen auf krass und hart und dann denke ich mir du bist so ein huren sondern du bettelst alter bist so ekelhaft und dann sind das kleine kinder die die ganze scheiße spenden und die sind so stolz ja barello angeblich 120.000 oder so im monat junge rechne mal aus wie viel views wie viele leute ihm was kaufen müssen ja aber machen sie doch ist noch so dumm die leute 120.000 glaubt mal doch 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 der kriegt ja ordentlich guck dir mal was kriegst du wenn ich irgendwas eine rosen halben also ein ein diamant ein halber cent zwei diamanten ein cent ich glaube nicht doch ich mache das nicht doch die machen reibach mit den scheiß matches das so rechte mal aus wie viele rosen ja ich weiß aber die schicken ja nicht nur rosen die schicken ja auch universum und so schicken ja größere sachen die direkt auf einmal einen wert haben gerad auf dem dach wo sind unsere kopfgeld menschen laufen in anderen richtungen anscheinend naja ich fahr das auto in die zone rein vielleicht braucht man das ja noch ich habe auch noch ich glaube drei drohnen ich muss nachgucken 22 drohnen habe ich noch habe für mehr ausrüstung habe für mehr ausrüstung habe panzerung ich sage immer alles was ich habe ich weiß ja nicht was sagt er denn bei habe für mehr ausrüstung aber eine fällt aufrüstung und das gasmaske hier ach so nee nur bei den dingen sagt er das nur bei der abschussserie ich komme auf mich wort geschossen ich weiß nicht von wo vom berg oder so ungefähr die richtung zirka das ist wahrscheinlich so weit weg dass nichtmals mehr das gelbe dingsbums gezeigt wird die werden glaube ich gerade beschlossen achte auf dem dach vielleicht aber das mal lieber weiter ich habe aus versehen die falsche snipe genommen muss ich gleich wenn ich an der bank station vorbeikommen vielleicht mal kurz was anderes kaufen hier hinten wäre eine dmr mal versuchen dahin zu kommen ich habe ja bis jetzt ist alles ok ich habe hier noch zwei drohnen rechts direkt bei mir der fickt mich gerade sowas von der andere ist er ist jetzt glaube ich weggegangen weil ich den getroffen habe ich bin so weggesprungen die ganze zeit wirst du gekommen bist ja ich wusste ja dass welchen besieger hat der typ dass ich mich einfach noch versucht weg zu laufen wo ein schuss da ist wo die markierung ist war der zuletzt anscheinend der wurde glaube ich geholt denke ich mal der kiste geh weg also da ist jemand auf dem dach ja da kann man so nicht hin ja der uhr und schießt ich wollte nur diese markierung weg machen ja es bringt nichts mit denen zu schießen du siehst du siehst nur seinen hässlichen kopf drohnen in der luft verbündeter mörserschlag nähert sich verbündeter mörserschlag nähert sich verbündeter mörserschlag nähert sich oh mörserschlag ja jetzt können wir ein bisschen weiter laufen dann lassen wir uns in ruhe ich gehe mal hier hoch ah der controller jetzt wieder normal manchmal wirklich wieder durchdrehen genau auf dem dach aktiviere mine feindliche drohne in diesem sektor das gas kommt leer neue sicherheitszone wird markiert ja ich wollte es für dich mal so ihr habt ihr die kiste aufgemacht habe ich ja schon gesehen die preis wenn ich lass uns doch da bleiben lass uns hier bleiben oder ich ist eigentlich ganz gut die leute müssen vom berg auf jeden fall kommen aktiviere mine jetzt hier zwei minen hingelegt auch die spackhaus sind immer noch da drauf ey ich glaube nicht dass da einer wo denn ach wo ist denn das wo die gerade drauf waren ja ich weiß nicht wo das war drücke vor ach so die alter der controller fickt mich grad die würde ich abcampen alter weil das so assi kämpfer sind das team ist in der sicherheitszone das team ist in der sicherheitszone guck mal das fenster kaputt gemacht damit ich besser durchgucken kann mhm chill break ja ich guck gerade ob da welche von oben welche kommen du bist aus los hier wundert mich dass da keiner runter fliegt ne chill break das ist so idioten alter ja wenn du einen dauer noch was muss sagen ich habe noch prezi ich habe auch ein prezi und noch zwei ne eine drohne wir sind rüber gelaufen nach links ja ich guck gerne ob hier von der anderen seite jemand kommt ne ja die müssten durchs wasser ja aber im wasser siehst du die leute irgendwie nicht so ach die scheiße ja die sind vorbei das gebiet ist geäumt was ist denn denn ach ne die beiden ja wir gucken dass wir hier so dass wir hier entweder dass wir hier so bleiben würde ich sagen dass wir da so gucken dass wir da hinkommen verbündete ausrüstungslieferung ja bisschen langsam bisschen gucken attacke ja nicht so rennen vielleicht mal weißt du bisschen ok ich bewege mich langsam ja aber ich glaube das ist halt der fehler den wir oft machen dass wir einfach wie die geisteskranken rumrennen ja für die pistole habe ich keinen platz mehr ja ich glaube auch zu sehen ne das meine ich ja nicht die ganze zeit gehockt gehen aber bisschen gucken so meine ich das ich gehe jetzt zum links soll ich eine drohne anmachen ja ja machen wir vielleicht noch mal eine kaufen ich glaube wir ein verrückter nein warte was wir wechseln ähm nehmen wir die signal ich habe mal markiert wenn die leucht und ich muss nur das visier ändern wir können die eigentlich ganz geil pushen der holen und sieben nicht direkt ja der hund und sieht mich hat mich bin down unglaublich ich komme ab schon die waren da oder ich weiß werde jetzt auch im prezzi draufsetzen ach so machst du sonst mache ich ja ja ich mache kein getroffen links könnte jemand sein da sind schüsse glaube ich ja da läuft jemand nach rechts ich weiß nicht ob der hier auf der straße rauskommt ich habe noch eine drohne ich habe gedacht die beiden kämpfen an diesem haus nämlich haben sie ja nicht waren auf dem dach mit der kack sniper aber die sind ja nicht mehr eine drohne konnte ich auch nicht da kaufen ich mache an links die sind auch immer dabei sind scheiß haus die beiden und dann noch die rechts aber ich will jetzt eigentlich mehr so so pushen weißt du nicht darüber mehr dass einfach mal hier bleiben kurz einfach mal hier stellen hast du eine mine gebrochen ja zwei stück habe ich hingeschmissen weil die waren dumm nee geht so aber ich bräuchte die wieder ja wo habe ich ihn eingekillt weil ich bräuchte platten hier ist eine nein warte ich hole mir platten bei ihm wir werden gesnipet weiter hier und dann gucken ob wir reinkommen oder so aber lasst hier bleiben einfach nichts machen lassen wir einfach stellen setzen oder sind wir nicht in der zone hier noch ein hoch aber schön näher aber nicht zeigen dass sie glaube ich hier drin ja ja noch noch fünf teams wir müssen überlegen was wir gleich machen wenn in den gasmasken weil wir haben goldene wir können daraus einen vorteil machen je nachdem stimmen weil wir das später oder schon mal früher in die zone rennen das gas näher sich neue sicherheit wo wir warten da hinten ist keiner ich scheine erlohn zu sein ich laufe mal hier vor und schmeiße mich ne dings hier rüber eine mine ah hier ist auch einer da 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 dahinter der ist auf unserer höhe hab ich noch einer nah neben mir irgendwo äh äh richtung zone und da ist einer down da hab ich einen ge... oder war down wir können hier bleiben wir können hier bleiben oh hier oben oh nein der ist da hinten runter gesprungen ja ja ich verhalte mich erstmal ich hab goldene maske das nutze ich verbündeter präzisionsluft schlag im anflug oh junge was gammeln die denn so krass das gas wehrt sich erreiche die neue sicherheitszone oh schaff ich das schaff ich das ich hab's geschafft ich hab sogar einen mit der bohrladung getroffen kein treffer kein treffer ja ja die sind hier drin setze bohrladung rein einer fast down einer fast down der ist da einer läuft da hinten lang da 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 wird der letzte aus seinem trupp markiert ja 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 aber da ist noch einer ach so du bist da belebt sich einer wieder am bagger am bagger hinter dem bagger ist er hab ich im blick hab ich im blick hab ich sehr guter call sehr guter call